Musik Oh Papa, machst du eine Limonade auf? Kann ich auch eine trinken? Ich auch! Ja klar, ich hole noch zwei Gläser für euch. So, hier zwei Gläser. Ah, oh nein, ich habe alles abbekommen. Ja Mensch, wer hat denn die Flasche so geschüttelt? Wir wollten dir doch einen Streit spielen. Was ging nach hinten los? Ich habe gar nichts abbekommen. Naja, das ging ja leider total daneben. Naja, jetzt hattet ihr eben auch mal Pech. Ihr habt uns ja schon so oft reingelegt. Anna, schau mal, ich habe mir von meinem Taschengeld einen riesen Luftballon gekauft. Cool, willst du den jetzt aufpusten? Ja. Oh Mann, geht das schwer. Das bekomme ich nicht hin. Hm, du könntest ihn ja stattdessen mit Wasser füllen. Das geht sicher einfacher. Ein Wasserballon machen? Was für eine Idee, Anna. Das gibt einen Mega-Wasserballon. Mama putzt gerade das Bad. Dann befüllen wir den Ballon eben am Wasserhahn in der Küche. Cool, schau mal, wie groß der wird. Riesig. Total cool. Hoffentlich platzt er nicht hier in der Küche. Das würde er gern mit Mama geben. Wie das wohl spritzt, wenn man ihn platzen lässt. Aber der ist zu schwer, den kann man gar nicht werfen. Wie sollen wir den nur platzen lassen? Du könntest mit einer Nadel hineinstechen. Nein, das wirkt dann, glaube ich, nicht so. Wir müssten ihn von irgendwo hinunterwerfen. Stimmt. Wir könnten ihn vielleicht aus deinem Zimmerfenster in den Garten werfen. Genau. Wir müssen ihn ganz vorsichtig die Treppe hinaufziehen. Vorsicht, da könnte er an der Stufe zerplatzen. Ich weiß, du musst ihn ganz langsam rollen. Gleich sind wir oben. Und wenn er jetzt in meinem Zimmer platzt, dann habe ich eine Überschwemmung. Wir müssen eben aufpassen. Pass doch auf, du hast ihn über den Elefant gerollt. Upsi, zum Glück ist nichts passiert. Jetzt auf die Fensterbank hoch. Ich bin schon gespannt, wie er platzt. So, ein schöner Sommertag heute. Nicht zu heiß und kein Wind. Da lese ich meine Zeitung hier draußen im Liegestuhl. Und eins und zwei und drei. Oh nein, da unten liegt ja Papa. Hilfe, was war denn das? Ich bin ja von oben bis unten klatschnass. Entschuldigung, Papa, wir haben nicht gesehen, dass du da unten im Liegestuhl liegst. Kinder, die Zeitung ist komplett aufgeweicht. Das kann ich jetzt gar nicht mehr lesen. Lisa, was hast du denn da dabei? Zeige ich dir gleich. Das ist ein Teppich mit einer optischen Täuschung. Hä, was soll das sein? Ihr müsst es von dieser Seite aus anschauen. Ah, das sieht ja cool aus. Das sieht aus, als wäre da ein Loch im Boden. Genau. Ich dachte, wir könnten Herrn Pauli damit einen Streich spielen. Da bin ich sofort dabei. Ich auch. Ich natürlich auch. Wir rollen den Teppich hier aus. Lena und ich haben schon ausprobiert, was gut aussieht. Und jemand von euch muss schauen, wann Herr Pauli kommt. Und ihn aufgeregt rufen, dass er schnell kommen soll. Das kann ich machen. Sehr gut. Ich stehe auf dem Flur. Wo bleibt Herr Pauli denn? Wenn man mal auf ihn wartet, kommt er nicht. Und wenn man hofft, er hat verschlafen, dann steht er überpünktlich da. Oh, jetzt höre ich etwas. Er kommt. Herr Pauli, kommen Sie schnell. Was ist denn los? Ist etwas passiert? Herr Pauli. Oh, meine Güte. Ein Loch im Boden. Ich helfe euch. Ha, ha, ha. Ein Ding. Das sieht ja wirklich aus wie echt. Schon wieder ein Loch im Boden. Ach, diese Kinder. Jetzt wollen sie mich nochmal veräppeln. Aber nicht mit mir. Passen Sie doch auf. Wir machen hier Kanalarbeiten. Oh, nein. Herr Pauli. Eigentlich müssten wir Mama auch mal veräppeln. Aber ich weiß noch nicht wie. Ich auch nicht. Außerdem will ich jetzt was malen. Hm, mir ist langweilig. Papa. Ja, Anna. Was gibt's? Darf ich in den Pool? Ja, darfst du. Aber nur mit Schwimmflügeln. Okay. Lena, kommst du mit in den Pool? Ich wollte doch jetzt was malen. Ah, gute Idee. Ich komme mit. Papa, wir gehen in den Pool und nehmen die Luftmatratze mit. Okay, alles klar. Ich bin wieder da. Hallo Mama. Wir liegen auf der Luftmatratze. Du meine Güte. Wie seht ihr denn aus? Ihr müsst sofort aus dem Wasser raus. Ihr habt ganz rote Köpfe. Hoffentlich habt ihr keinen Sonnenstich. Lass mal deine Stirn fühlen, Lena. Äh, Moment mal. Warum hab ich denn jetzt rote Finger? Reingelegt. Wir haben uns nur angemalt. Oh, ihr Schlingel. Das Gewitter ist vorbei. Ja, dann könnt ihr raus. Ja, cool. Komm, wir holen unsere Schaufeln. Und den Eimer. Der Hagel ist wirklich eiskalt. Wir sammeln so viel ein, wie wir können. Ja, schnell, bevor die Hagelkörner schmelzen. Mein Eimer ist schon voll. Wo können wir die Hagelkörner sammeln? Am besten im Pool. Genau, cool. Alles in den Pool. Alles in den Pool. Alles in den Pool. Wir brauchen noch mehr. Wir müssen den ganzen Pool voll machen. Das macht Spaß. Zum Glück hat Papa noch den Rasen gemäht. Jetzt können wir alles richtig gut einsammeln. Wow, so viel Hagel. Ich schiebe alles, was noch auf der Terrasse ist, in den Pool. Ich habe auch noch mal einen Eimer voll. Jetzt kommt die Sonne wieder. Bestimmt ist schon bald alles wieder weggeschmolzen. Wow, wir haben richtig viel gesammelt. Jetzt lösen sich die Körner langsam im Wasser auf. Und das ist jetzt bestimmt ein richtiger Eispool. Oh, ist das kalt. Ich gehe auf gar keinen Fall hinein. Seht ihr Kinder, das war nur ein kurzer Unterbruch. Jetzt wird es schon wieder heiß und wir können in den Pool. Hui. Ah, ist das kalt. Das ist ja eiskalt. Das passt wie Eis. Papa, Hagel ist Eis. Mama, was machst du da? Ich habe hier zwei neue Bilder. Die würde ich gerne an dieser Wand aufhängen. Aber dann müssen wir zuerst einen Nagel in die Wand schlagen. Und zwar genau hier. Ich zeichne es mal mit einem Bleistift an. Mama, Telefon. Danke. Nicole Hauser? Ah, hallo Sarah. Ich schaue mal schnell nach. Einen Moment. Ja, wir haben noch genug Eier. Ich kann dir welche geben. Ich komme schnell rüber. Bis gleich. Michael, kannst du vielleicht schon mal hier einen Nagel in die Wand hämmern? Ich will dieses Bild daran aufhängen. Klar, kann ich machen. Danke. Anna, was bringst du da? Ich habe schon mal einen Hammer geholt. Oh je, das ist ja der große Vorschlaghammer. Anna, der ist ein bisschen zu groß. Damit kannst du ja ein Loch in die Wand schlagen. Ach so. Ich bring jetzt die Eier zu Sarah rüber. Okay, wir brauchen den kleinen Hammer. Ich gehe ihn schnell holen. Puh, der ist ja richtig schwer. Wie konntest du den nur ertragen? Ich habe ihn gezogen. So, da bin ich wieder. Dann legen wir mal los. Vielen Dank für die Eier. Sag mal, kommt der Lärm von euch da drüben? Ja, komisch. Ich hatte Michael gebeten, einen Nagel in die Wand zu hämmern, damit ich ein Bild aufhängen kann. Ich gehe mal nachschauen. Tschüss. Hallo Mama. Was macht ihr denn da? Ihr macht ja die ganze Wand kaputt. Wir wollten ein Bild aufhängen. Ein riesiges Loch in der Wand. Wir könnten das Bild ja einfach drüberhängen, dann sieht man das Loch nicht mehr. Was? Ähm, Moment mal. Das ist ja... Ja, das ist mein Bild. Oh, ihr habt mich reingelegt. Was? Schon 8 Uhr 32? Wir haben verschlafen. Ich gehe schnell die Kinder wecken. Anna, schnell aufwachen. Wir haben verschlafen. Oh nein, verschlafen. Lena, du musst aufstehen. Wir haben leider verschlafen. Was? Wir haben verschlafen? Los, beeilt euch. Geht schnell ins Bad. Aber Papa, ich dachte heute ist Sonntag. Äh, Sonntag? Ja, gestern war doch Samstag. Ach du meine Güte. Ihr habt recht. Heute ist ja Sonntag. Da habe ich mich komplett vertan. Oh Mann, Papa. Wir hätten so schön ausschlafen können. Ach, jetzt stellt euch mal nicht so an. So schlimm ist das jetzt auch nicht. Doch, ich kann jetzt nicht mehr schlafen. Ich auch nicht. Was ist denn heute Morgen los? Ach, ich dachte, wir hätten verschlafen. Und habe die Kinder geweckt. Oh nein. Ach, dann habe ich wenigstens Zeit, hier gemütlich die Zeitung zu lesen. Das geben wir Papa zurück. Und ich habe auch schon eine Idee. Wow. Stell dich nicht so an. So schlimm ist das jetzt auch nicht. Ha, wenn ihr nur immer euren Spaß habt. Papa, dürfen wir die kleine Babyrutsche haben? Wozu braucht ihr die denn? Wir möchten darauf in den kleinen Pool rutschen. Ja, bitte holst du sie uns? Na gut. Das ist doch wirklich toll, dass es schon so warm ist, dass man baden gehen kann. Das stimmt. Hier ist die Rutsche. Cool, danke Papa. Das macht Spaß. Jetzt ich. So, und jetzt möchte ich aber auch mal. Das sieht so aus, als macht das richtig Spaß. Aber Papa, die Rutsche ist doch viel zu klein für dich. Ach, da passe ich schon noch drauf. Aber Papa, die Rutsche kracht bestimmt. Die geht kaputt. Du bist viel zu schwer dafür. Ach, nein, nein. So schwer bin ich nun auch nicht. Ach, oje. Oh, Herr Hauser. Ein Paket für Sie. Danke. Was ist denn in diesem Paket? Jetzt muss ich mal überlegen. Was habe ich denn da überhaupt neulich bestellt? Ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt ist das ein richtiges Überraschungspaket. Darf ich es auch machen? Ja klar, von mir aus gern. Wasserspritzpistolen. Wow, cool. Ach ja, genau. Das war's. Die hatte ich glatt schon wieder vergessen. Ich dachte, wenn es jetzt schon so warm ist, können wir die sicher mal gut gebrauchen. Coole Idee, Papa. Aber warum drei? Zwei für euch und eine für mich. Ich möchte ja auch ein bisschen Spaß haben. Dürfen wir die gleich ausprobieren? Klar. Hier hinten ist ein Wassertank. Ihr müsst diese Klappe öffnen und dann den Behälter mit Wasser füllen. Alles klar. Willst du deinen nicht ausprobieren? Jetzt gerade nicht. Ich möchte zuerst noch die Zeitung lesen. Mama, schau mal, was Papa uns gekauft hat. Oh, Wasserspritzpistolen. Toll. Die probieren wir jetzt aus. Ja, aber nicht hier drin. Nein, natürlich nicht. Komm, Anna. Ich fülle dir deine auch mit Wasser. Ich probiere sie gleich auf dem Balkon aus. Da unten liegt Papa im Liegestuhl. Komm, wir spritzen ihn ein bisschen nass. Ja, hihi. Fängt es jetzt plötzlich an zu regnen? Ich habe doch da gerade ein paar Tropfen abbekommen. Hm, komisch. Der Himmel ist doch ganz blau und es hat gar keine Wolken. Ich muss noch mal auffüllen. So, jetzt versuche ich ihn besser zu treffen. Hey, jetzt weiß ich, wo das Wasser herkommt. Na, wartet ihr Schlingel. Wenn die beiden nachher in den Garten kommen, bin ich bestens vorbereitet. Achtung, wir müssen erst schauen, wo Papa ist. Ich sehe ihn nicht. Dann warten wir uns mal raus. Aha, da kommen sie ja. Hab ich euch. Wow, da ist Papa. Ich bin ganz nass geworden. Und jetzt schnell hinter die Mülltonne, Anna. Jetzt ist der Wassertank schon leer. Ich muss noch mal nachfüllen. Papa hat kein Wasser mehr. Los, wir wechseln unser Versteck. So, jetzt habe ich wieder Wasser aufgefüllt. Die zwei sitzen bestimmt hinter der Mülltonne. Oh, da sind sie ja gar nicht mehr. Ich habe noch Wasser. Komm mal, ich nicht mehr schnell im Pool aufwüllen. Ach, das Wetter ist ja so schön heute. Ich könnte eigentlich auch eine kleine Pause machen und draußen auf der Terrasse einen Kaffee trinken. Komm, Nigi, komm auch mit raus. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Doch, doch, Papa, doch, doch. Ups, hier ist es schon ganz rutschig. Und jetzt bin ich auch noch selbst in eine Pfütze gefallen. Anna, wo bleibst denn du? Ich brauche Verstärkung. Es gibt Kaffee und Kekse. Oh, was soll denn das? Ich bin ganz nass geworden. Ups, entschuldige, Mama. Ich wollte Papa treffen. Das war wohl nichts. Mama, bleib so sitzen. Dann kann ich mich hinter dir verstecken. Ja, klar. Und dann bekomme ich alles ab. Wollt ihr keine Kekse? Ich kann jetzt nicht essen, Mama. Ich muss Papa im Auge behalten. Ich glaube, ich gehe doch wieder rein. Das ist mir ein wenig zu wild hier. Mein Wassertank ist immer im Null leer. Ständig muss ich nachfüllen. Papa hat sich natürlich eine viel größere gekauft. Mit einem großen Tank. Ich weiß, was wir machen könnten. Wo sind die zwei denn jetzt hin? Ah, da hinten höre ich etwas. Das sind sie bestimmt. Jetzt bekommen die zwei noch mal eine volle Ladung Wasser ab. Jetzt schleiche ich mich an. Oh, nein. Jetzt geht uns das Wasser so schnell nicht mehr aus. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn euch die Geschichte gefallen hat. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert und wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.